Hi, wenn ich von den Tömern rede, würde vielleicht nicht so... Es ist doch kein Erstmännchen stehren, wenn ich von Ross Staltet rede. Was ist Ross Staltet? Ross Staltet ist in Englisch gekannt als Rassismus und in Sponisch ist Rassismus. Wenn ein Mensch läuft, ist es später aus einer anderen Person, bloß wegen der Hüttkliothe. Was will ich sagen? Wenn ich nach dem Morgen von vielen Deutschen, das ist hier, wo wir wohnen, dort die glauben, so sind Peter aus den Mexikonern oder aus den Indienern, deswegen... Uff, ich sie wird. Ich sie einfach Peter. Nee. Ewer hebt nicht. Die Hüttkliothe hat nicht so ein Bete zu sein, ob eine eine Fähne Person ist oder nicht. Ich habe 100% nichts mit dort zu tun. Wir haben eine Wüttkliothe auf der Welt, oder die ganz witzenden Menschen auf der Welt, dort habe ich 100% nichts mit dort zu tun. Wenn einer aus einer Person ist, wo eine andere Menschen behandeln, dort sind so, 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 welche Dinge. Und ja, ich wollte vielleicht besser Menschen belädchen, und dort sind mir dann noch Schließlich krankendäut. Aber ich wollte auch hier sein von Menschen, die sich sagen, ihre Christen wollen nennen. Die reden dann von, wo sie sagen, oh, willst du die Schwerte kurschen? Oh, willst du, willst du, willst du die Brüder, oder die Schwerte, wo du sind? Für mich kostet sie nicht sein, oder die nicht, wenn du Christ bist, oder die nicht für eine Person bist, wenn dieses total andere Menschen reden ist, und eben andere Menschen sein lässt. Oh, aber jetzt, ich weiß nicht, die Indiöne, auch glaube ich nicht, dass sie eine Säule haben. Dort wurde meine Mama gelernt aus der Klinik. Meine Mama sagt, so, wie sie belädt war, dort, oh, nein, die Indiöne haben nicht eine Säule, wir Menschen wollen nicht eine Säule haben. Das heißt, ich kann nicht mal im Kopf nehmen, wo einer muss eine Säule sein. Das heißt, wir müssen doch mal befallen sein, und andere Menschen prüfen, ob sie eine Säule haben. Die anderen haben, ich meine, die haben wirklich eine Säule gemacht, und eine große Gruppe Menschen, wenn so viele Menschen haben eine Säule, und sie sind nicht alle, sie wollen nicht sein, wie alle Menschen sind eine Säule. Of course not. Aber es ist toll, wir müssen das mal versuchen, das mit anderen, das mit anderen, bloß, wegen einer Säule nicht mehr als andere Menschen. bloß, wegen einer Säule sind, selber nicht mehr als andere Menschen. Gott hat alle Menschen, die merken, dass die Säule ist, der dunkelste Hütte, oder der lichtste Hütte, wie sind alle Menschen. Und die Säule hat von der Hütte, hat nichts zu tun, nur hat man zu tun, mit der Person, und wer ist. Das ist, was wichtig ist. Das ist eine schöne Person. Wie manche Säule sind nicht alle schöne Menschen. Ich meine, erkläre das, wie alle, wir haben hier, die Säule sind schlechte Menschen aus Fähne, die Säule sind mit alle anderen. Manche in Mexikaner sind zwei schöne Menschen, die auf Krexs gehört schlechte Menschen. Krex ist das manche Indiöner, dort manche Knäuse, manche Gepona, dort manche olle Menschen Säß dort. Wir können nicht sein. Der ganze Gruppe Menschen sind schlechte, wegen einer schlechte Person. Wie war denn uns, wenn die Menschen eben uns sein, wie man sich immer mit ihr Freundschaft befrieren, oder es stecken und so geht. An's euer tut, wenn ihr es nicht sitzen dort. Und andere Menschen, da haben sogar Angst, und an's euer tut, wo wir dann sein, schwörte Kirchen, Brünen, Fähne, in Süper, von der andere Gruppe, Indiönerung. Das ist das einfach. Ich hoffe auch nicht, wie man an dem uns, wie man alle Menschen sind und die Menschen, in der Hitze habe, nicht so wichtig zu sein. Und wir versuchen das alles, die anderen Menschen, die anderen Gruppen, die alle zu lernen, dass die Hügel nicht mehr zu sein mit einer Person, wer der ist und wer der ist. So was wir versuchen, das alles zu sagen. Das ganze Ruhstall, der ist, wo eben es nicht mehr ist, das soll nicht mehr geben. Das soll nicht mehr in Träumen sein, das mit George Floyd heute niemals im Leben soll passieren mit dem, der in Afrikanische Städtische Amt, der dort gemerkt wurde von dem Poliz, das soll nicht mehr in Träumen sein, das an der Schügel soll nicht mehr so wichtig sein. Das soll nicht mehr in den Karten kommen, dass wir glauben, dass eine Person besser kommt bis wegen dort und es nicht zu verstehen, wie wir in 2020 sind und das noch einmal in Träumen ist. Das eine, wo wir glauben, wir wollen auch wiedergekommen sein, als Menschen mit dem. Aber wir sind auch nicht in der 200 von dem Mord geredet worden. Und in der Küche Menschen wollen auch gebrauchen, von dem zu reden, in der Freundschaft zu reden, in der dort liegt ich zu mir. Und wenn wir wirklich proben, dass das mal abgehört. Sonst wird ja nicht immer sein, dass es nicht fein, wenn wir glauben, dass wir besser sein, dass alle anderen Menschen nur wegen euch, wegen dort. Das darf hundert Prozent nicht mehr eine Prozent. So, wenn wir da proben im Ding, und wenn wir nicht den anderen Menschen überdäumen, wegen denen sie nicht hier klären. Wenn wir nicht den anderen Menschen glauben, dass das schlecht ist oder fein ist. Wenn wir proben dort, und wir proben dort, wenn wir die Menschen nicht mehr proben, dann kann ich mal die Kante lernen, wie wir das wollen, die nicht unterhalten und, also, ja, das sind die Dinge auch da, das ist das. Wir sind einfach alle verschiedene Menschen, wir sind einfach alle verschiedene Menschen, das ist, wir sind nicht, das ist nicht, wir sind nicht, das wir nicht, deswegen ein Ding kann bitte sein, dass alle andere Menschen dort haben. Und wie wir haben, wenn die Menschen wie sind, gehen, wie wir andere Menschen behandeln, und wie wir andere Menschen angeln, gehen. In dem wir auch gehen, für die Angebung und auch dort, so werden wir auch proben im Ding, der Hunderthaft nicht mehr die Hütte geht, gehen.